Es ist die Fashion Show in Hannover. Ausgefallene Kollektionen, kreative Jungdesigner und ein begeistertes Publikum. In der Orangerie am Schloss der Herrenhäuser Gärten präsentieren die Studierenden der Vermoder ihre Abschlussarbeiten auf dem Laufsteg. Das Motto der Show Fashion mit Sculpture. Das Besondere an der Fashion Show in diesem Jahr, die Kollektionen der Absolventen können vor Ort direkt bestellt werden und werden nach Maske fertig. So können die angehenden Designer ihren Marktwert unter realen Bedingungen testen. Die Jungdesignerin Miriam Schwertfeger hat eine Modekollektion unter dem Titel Goldfish in the Urban Jungle entworfen. Ja, also ich habe mich mit dem Thema der Pflanzensehnsucht auseinandergesetzt, was im Moment ein neuer Lebenstrend ist. Und deswegen bin ich darauf gekommen, dass ich die Blüten, da habe ich mich an Lotusblumen inspiriert und die dann umgesetzt und in so eine Struktur geformt. Spaß auf dem Laufsteg haben nicht nur die Models, die ehrenamtlich auf der Fashion Show mitlaufen, sondern auch die beiden Moderatoren. Topmodel Luisa Mazzurana und Oliver Peral von Radio 21 sind zusammen ein eingespieltes Team. Also mir hat die Show sehr gut gefallen. Ich wäre natürlich gerne auch vorne und würde alles angucken können. Bei den Proben konnte ich das ein bisschen verfolgen und ich finde die Mode diesmal sehr, sehr schön, weil sie einfach auch super tragbar ist und ich wirklich viele Teile gesehen habe, in denen ich mich wohlfühlen würde. Mode wird immer wichtiger. Auch für die Menschen in Hannover. Sie zeigt unsere Persönlichkeit und gibt unsere Stimmung wieder. Mode Made in Hannover – ein Abend mit vielen besonderen Momenten.